Hallo und herzlich willkommen hier auf TheBigGreek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Und falls du noch nicht Mitglied meiner royalen Familie bist, würde ich mich freuen, wenn du das mit einem Klick auf den Abo-Button nachholen würdest. Vom 11. bis 13. September 2020 fand der Champions Showdown Chess 960 statt. Zehn Spieler, einrundig, jeder gegen jeden, dotiert mit 150.000 Dollar, üppiger Preisfonds. Der Weltmeister Magnus Carlsen gewann das Turnier zusammen mit Hikaru Nakamura, dem amerikanischen Großmeister. Beide hatten am Ende sechs Punkte aus neun Partien auf dem Konto. Interessant, der 13. Weltmeister der Schachgeschichte, Garry Kasparov, war auch dabei und belegte den achten Platz mit 300 Punkten. Aus der letzten Runde habe ich eine Partie herausgesucht von Magnus Carlsen, dem Weltmeister. Er spielt gegen Peter Swittler, dem russischen Großmeister. Chess 960, für alle, die es nicht wissen, die Grundstellung, also die Stellung der Figuren auf der Grundreihe wird zufällig ermittelt. Und wir sehen hier, die Figuren stehen nicht ganz so wie beim normalen Schach. Es gelten aber eigentlich sonst die gleichen Regeln. Plus bei den Ruhaderegeln muss man beachten, dass der König in beide Richtungen ruhieren kann. Man spricht von der G-Ruhade oder von der C-Ruhade. Das sind auch die Felder, wo der König platziert wird bei der normalen Ruhade, beziehungsweise bei der Ruhade im normalen Schachspiel oder in der normalen Grundstellung. Das geht auch hier. Die Figuren auf der Grundreihe müssen natürlich Platz machen. Und dann kann der König in beide Richtungen ruhieren. In dieser Stellung hier, witzigerweise, kann der weiße König, aber auch der schwarze König direkt ruhieren. Das werden wir auch gleich sehen in der Partie, denn es geschah auch so. Carlsen wählte hier den Eröffnungszug D4. Stell deinen Bauern ins Zentrum. D5, Schwarz macht es ihn gleich. Springer Bc3 entwickelt eine Figur und bereitet E4 vor, um weiter um das Zentrum zu kämpfen. C6, E4. C6, ja, Schwarz musste den Bauern decken, weil dieser Entwicklungszug geschah mit einer Drohung. Deswegen C6. E4 greift den Bauern ein weiteres Mal an. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten für Schwarz. Und das ist auch so ein bisschen das Schwierige an C6, weil das natürlich vollkommen neue Stellungen sind für die Spieler. Können sie natürlich nicht ihr abgespeichertes Eröffnungswissen abspulen, sondern müssen sich komplett auf eine neue Stellung von Beginn an einlassen. Und mit einer Bedenkzeit, die haben nämlich mit einer Bedenkzeit gespielt, 20 Minuten plus 10 Sekunden Zeitgutschrift bei diesem Turnier. Ist natürlich auch nicht unendlich viel Zeit, um sich über jede Stellung Gedanken zu machen. Deswegen sind Fehler auch vorprogrammiert. Vorprogrammiert. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Schwarz könnte den Bauern einfach nehmen. Er könnte aber auch über einen Gegenangriff nachdenken. Springer E6 auf diesen Bauern hier. Swittler erspähte aber eine versteckte Möglichkeit, taktische Möglichkeit, um den König anzugreifen. Witzigerweise, mit Läufer A6 Schach könnte er den Weißen König attackieren. Das ist schon eine ziemlich unangenehme Drohung. Anstatt aber auf die Drohung direkt zu reagieren, wobei es auch keinen so guten Weg gibt, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht eh schlicht D5, Läufer A6 Schach, Springer E2. In dieser Stellung würde aber Schwarz überhaupt keine Probleme haben. Die Fesselung wäre sehr unangenehm hier. Anstatt auf diese Drohung oder die Drohung abzuwehren, spielt Weiß hier die G-Rochade oder die Kurz-Rochade. Röchelt den König nach G1. Und lässt einfach zu, dass nach Läufer A6 Schwarz die Qualität gewinnt hier. Was spielt Karlsson? Er nimmt den Bauern auf D5. Läufer schlicht F1, Dame schlicht F1. Und jetzt hat er Läufer und Bauer für den Turm bekommen. Das ist nicht ganz das Äquivalent für den Turm. Aber wir werden sehen, Weiß steht sehr aktiv gleich im Zentrum. So, Schwarz macht auch die G-Rochade. Bringt den König in Sicherheit. G3 öffnet die Diagonale für den Läufer. E6 greift den Bauern ein weiteres Mal an. D schlicht C6, Springer. B schlicht C6. Und wir sehen hier, Weiß ist besser entwickelt. Der Läufer guckt in die Richtung. Der Springer guckt ins Zentrum rein. Und Schwarz hat nur eine Figur entwickelt dagegen. Jetzt kommt ein starker Zug. D5 greift den Springer an. Die Idee ist, nach E schlicht D5, Springer schlicht D5, was kam? Einen wunderschönen Springer mitten im Zentrum zu installieren. Der von dort auch nicht groß vertrieben werden kann. Zumal Weiß mit dem nächsten Springer ankommt. Der diesen Springer auch noch deckt. Weiß hat hier also nicht nur Kompensation für die Qualität. Kompensation ist das typische Wort im Schach. Wenn man ausdrücken möchte, dass man für die Qualität, für den Turm, den man gegeben hat, sehr viel Spiel auf der anderen Seite hat. Plus genug Material. Turm D8 entwickelt den Turm. Hier gab es einen starken Zug B3 zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel, es gab diesen Zug, der die Entwicklung des schwarzweiligen Läufers nach A3 ermöglichen würde, mit Angriff auf den Turm. Carlsen allerdings spielte damit C4. Wie gesagt, das war Schnellschach. Und zumindest die Bedenkzeit. Und da kann man natürlich nicht perfekt spielen. Springer E7, Ups, Entschuldigung. Springer E7 möchte einen der Springer abtauschen. Da hat Carlsen nichts gegen. Denn nach dem Tausch kommt der nächste Springer nach D5, gedeckt von dem Läufer hier. Und dieser Springer ist sehr stark einfach im Zentrum. Dame D7, Läufer E3, Turm F8, Entwicklungszüge. Schwarz ist auch noch nicht voll entwickelt. Der Läufer auf H8 spielt auch noch gar nicht mit. A4. Jetzt breitet sich Weiß am Darmflügel aus. Möchte hier den Bauern. B6 attackieren. G6 greift den Läufer auf B2 an. C3 blockt den Läufer. Läufer F3. C3, Läufer G7, Läufer F3. Weiß möchte den Läufer nicht auf H1 halten. Es ist harmonischer, wenn der Läufer so ein bisschen rausschaut und der König nach G2 gehen kann, unter Umständen. Ohne aber den Läufer, wenn er auf H1 stünde, zu blockieren. Turm C8 greift die Dame an. Dame B5. Weiß bietet den Damentausch an. Jetzt wäre es schlecht, die Damen zu tauschen für Schwarz wegen A schlicht B5 und das würde die A-Linie öffnen und Schwarz kann den Bauern A7 nicht mehr vernünftig decken, weil Turm A8 scheitert an Springer schlicht B6 und der Läufer attackiert den Turm und wenn Schwarz hier den Springer nehmen würde, dann würde Weiß hier die Qualität zurückgewinnen und hätte am Ende zwei Bauern mehr. Das wäre ein großer materieller Vorteil. Turm E8, also Schwarz nahm nicht die Dame, Turm E8. Dame B4. Droht Springer E7 Schach. Springer C5 verhindert das, blockt die Dame. Jetzt könnte die Dame nach H4 gehen und die gleiche Drohung aufstellen, das wäre stark, aber Carlsen spielte weiter, weiter setzte seinen Plan fort am Damenflügel und greift den Bauern B6 an. Springer D3 greift die Dame an und den Bauern auf B2. Dame H4. Droht Springer E7 Schach mit Rückgewinn der Qualität. Das verhindert Schwarz mit Springer E5, indem er erstmal den Läufer angreift auf F3. Das ist eine starke Drohung, weil das würde die Dame verlieren. Weiß zieht den Läufer zurück. Turm C4 greift die Dame an. Dame A7. E7. Bietet die Dame mal wieder zum Tausch an. Dieses Mal lässt sich Schwarz darauf ein. Springer schlicht D7, König F8. Der Springer ist angegriffen. Springer D5 zurück. Wir sehen, ein bisschen Geplänkel, hin und her. Passiert nicht so wahnsinnig viel. Es wird aber ein bisschen getauscht. Okay. Obwohl Schwarz eine Qualität mehr hat. Es ist so, dass die Läufer extrem stark sind. Der Springer auf D5 ist extrem stark. Und man erkennt hier einfach, wie gut Carlsen einfach diese Stellungen einschätzt. Von Beginn an, als er die Qualität geopfert hat. Und er sieht einfach, dass die Leichtfiguren von Weiß extrem stark sind und ihm viel Kompensation geben, dafür, dass er die Qualität geopfert hat. Hier ging es weiter mit Springer D7. Das kostet aber letztendlich einen Bauern. Das Problem ist, dass nach B schlicht A5, Turm schlicht A5, der A7 auch hängt und Schwarz auch hier den Bauern verlieren würde. Nach Springer D7 ging es weiter mit A schlicht B6, Springer schlicht B6, Springer schlicht B6, A schlicht B6, Läufer schlicht B6. Und jetzt nähern wir uns schon dem Ende der Partie. Weiß hat Läufer und zwei Bauern für den Turm. Das ist schon viel. Zumal Läufer sehr stark sind in solchen offenen Stellungen und einem Türmen gar nicht so unterlegen sind. Hier spielt der Zwittler Turm B8. Das sieht nach einem Gegenspiel aus. Er möchte den Bauern B2 gewinnen. Tatsächlich wäre Turm D2 besser gewesen, den Turm auf die zweite Reihe stellen und so den Bauern auf B2 attackieren. Hier wäre es gar nicht so, hier war es gar nicht so einen klaren Vorteil wie in der Partie, weil hier hat Schwarz Gegenspiel. Der B-Bauer kann auch nicht ziehen, weil Schwarz auch diesen Bauern attackiert. Gut, Läufer schlicht B6, Turm B8. Ich habe mich verklickt. Hier fand Karlsson allerdings einen sehr starken Weg, um seinen Vorteil zu zementieren. Ihr könnt ja mal drüber nachdenken. Seht ihr hier, wie Weiß den Vorteil festhalten kann? Es geschieht, indem Weiß den Läufer nach D5 stellt. Zwischenzug, starker Zwischenzug, greift den Turm an. Den möchte natürlich Zwittler nicht abgeben und zieht Turm CC8, den Turm zurück. So, der Läufer ist immer noch angegriffen und dahinter steht immer noch ein Bauer, aber Weiß findet hier einen weiteren schönen Zwischenzug, eine tolle Sequenz und zwar Turm A7. Greift den F7 an und bietet den B6 zum Opfer, als Opfer an. Und hier geschah etwas, was im Online-Schach immer wieder mal passiert, auch in diesem Turnier hin und wieder. Ein Mausslip führte zum abrupten Ende. Zwittler spielte Turm B7 und gab gleichzeitig die Partie auf, weil er stellt den Turm ein. Er wartete gar nicht ab, bis Weiß den Turm schlägt und fragte Karlsson auch gar nicht, ob er den Zug zurücknehmen darf. Er gab auf. Wir müssen uns natürlich anschauen, was wäre passiert, wenn Schwarz den Läufer genommen hätte. Turm schlägt B6, Turm schlägt F7 Schach. So, König G8 ist natürlich simpel. Dann gibt es einen Abzug des Turmes wahlweise und er holt sich einen der Türme ab, zum Beispiel Turm C7 Schach. Und hier hat Weiß einfach zwei Bauern mehr und wird die Partie locker gewinnen. Interessanter ist natürlich in dieser Stellung König E8. Turm schlägt G7 und hier gibt es eine Pointe, die man unbedingt sehen muss. Turm schlägt B2 funktioniert nicht wegen diesem Schach hier. König D7 und jetzt schöne Ablenkung, Läufer E6 Schach, König schlägt E6 und Turm schlägt C8 und in diesem Endspiel hat Weiß in diesem Turm-Endspiel hat Weiß zwei Bauern mehr und das ist mehr als genug, um die Partie zu gewinnen technisch. Das Beste wäre noch gewesen Turm D8 mit Angriff auf den Läufer. Hier ist eine Variante Turm schlägt G8, König E7 und jetzt Turm schlägt D8, König schlägt die hat B4 mit Läufer und zwei Bauern gegen Turm zu kämpfen ist sehr gewinnverheißend. Der Turm ist hier ein bisschen überfordert, um all diese Figuren aufzuhalten. Ja, das war eine der Gewinnpartien von Magnus Carlsen aus diesem Champions-Showdown, die aufzeigt, die ein gutes Beispiel war für eine für eine Situation, in der man sehr gut eine Qualität opfern kann und die auch zeigt natürlich, wie gut Carlsen solche Stellungen einschätzt und wie schön er diese Partie bis zum Ende durchgezogen hat und sein Gegner im Prinzip verdient und auch relativ sicher geschlagen hat. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen und es gab noch ein paar andere Videos von mir zum Champions-Show, dann könnt ihr gerne nochmal auf dem YouTube-Kanal schauen und euch anschauen. Da findet ihr die Partie. In den letzten Tagen habe ich jeweils eine Partie gepostet. Chess 960 ist sehr interessant, ein sehr interessantes Format und es ist schön, dass es immer wieder belebt wird durch solche Turniere. Was haltet ihr von Chess 960? Hinterlasst mir gerne einen Kommentar zu diesem Format. Was haltet ihr von? Spielt ihr es ab und zu auf Lead Chess zum Beispiel? Man kann auch Chess 960 dort spielen als Variante. Würde mich mal interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen.